Das sind Corbett und Moro hier, live für HS auf der ESW DVD und wir äußern uns zum Thema Backstage-Politik, Moro, was fällt dir dazu ein? Das heißt Backstage-Politik? 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 Das finden wir nicht gut. Das finden wir nicht gut, nein. Nicht Backstage. Backstage-Politik? Das geht gar nicht auf jeden Fall. Das ist durch das Eger-Poking einfach, das können wir nicht. Das geht überhaupt nicht an. Aber hier sieht man ja, hier sind alle Freunde und das ist schön. Das freut sich nett, komm zur ESW. ESW, man up für die ESW. Man up für die ESW. Absolut göttlich. Das stimmt schon. Wie sollte man herkommen? Hier gibt es keine Backstage-Politik. Kann jeder auch. Hier sind alle Freunde. Moro und ich zum Beispiel oder anderen. Das beste Freunde waren. Ja, auf jeden Fall. Kommt hier her und guckt zur ESW. Komm zur ESW.